Herzlich willkommen zu AM3.9. Hier erfahren die Schülerinnen und Schüler, wie sie mithilfe von Transistoren Ströme verstärken können. In der Simulation wird mit dem Potentiometer der Basisstrom oder Steuerstrom reguliert. Du siehst, je grösser der Steuerstrom, umso grösser der Arbeitsstrom oder Kollektorstrom. Mit Hilfe eines kleinen Stromes kann also ein grosser Strom gesteuert werden. Nun bauen wir auf einem Steckbrett die abgebildete Schaltung auf. Die beiden losen Enden von zwei Kabeln werden wir später über unterschiedliche Widerstände miteinander verbinden. So CTRL und dann ab 13 Male einen Ball Knipf mit dem sehr freien sehr gen whoeverGod Vitalいい, sehr gerne auch. jobs, drinnen und oben haben also rot eich sony. Gentil ist so gut zu töten. Und zwar sie sigh, sfehlt für HelmutSiri und Schweizerren? until früh expanding Turnieren und runter. Glödybe, wheels und messen so viel pleasuredest du mit Backband im Bootanten Ober包 denn ich richtig versuch zu. Hal它f diciendo Sie sehen, dass du in der sleep Deutschland wirst! Wenn sich die beiden Kabelenden berühren, fließt Strom zur Basis des Transistors. Dieser schaltet durch, die LED leuchtet. Wenn wir die beiden Kabelenden mit den Fingern berühren, fließt der Strom durch unseren Körper. Wegen des Körperwiderstandes ist der Steuerstrom jetzt viel kleiner als vorher und damit auch die Arbeitsstromstärke. Die LED leuchtet nur noch schwach. Mit feuchten Fingern ist der Widerstand kleiner. Es fließt also mehr Strom zur Basis des Transistors. Dieser verstärkt ihn und die LED leuchtet heller. Zur Verstärkung schwacher Signale kann man zwei Transistoren in Serie schalten. Diese sogenannte Darlington-Schaltung kommt häufig bei Sensorschaltungen zum Einsatz. In NAT-Dech werden die beiden abgebildeten Schaltungen dafür verwendet. Wir machen das Experiment mit der Schaltung rechts. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Steuerstromkreis wird durch berührende Steckerspitzen mit trockenen Händen geschlossen. Obwohl nur sehr wenig Strom fliesst, wird dieser durch die Darlington-Schaltung so weit verstärkt, dass die LED im Arbeitsstromkreis hell leuchtet. Wir haben einen Berührungssensor. Diese Schaltung kann auch als Feuchtigkeitsmelder verwendet werden. Feuchtes Haushaltspapier ist schwach leitfähig. Das genügt, um die LED zum Leuchten zu bringen. Wird zusätzlich ein Zoomer zur LED in Serie geschaltet, haben wir einen optischen und akustischen Alarm.